So, Pause ist vorbei und dann wollen wir doch mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Denn wir waren ja hier nach Rorikstadt gekommen, glaube ich, um mehr über unseren Gedächtnisverlust herauszufinden. Ihr, ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Was habt ihr zu sagen? Ich hab zu sagen, dass hier unten kein Text mehr steht! Mann, was soll das denn jetzt? Äh, tut mir leid. Das reicht nicht. Nicht, solange meine Gläder noch irgendwo da draußen ist, einsam und verängstigt. Ihr habt sie entführt und an diesen Riesen verkauft. Das klingt ja furchtbar. Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gläder züchten. Und kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Ähm. Was ist mit Gläder passiert? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ihr erinnert euch nicht daran, eine Ziege gestohlen und an einen Riesen verkauft zu haben? Wie dumm seid ihr eigentlich? Holt sie. Zumindest wird sie euch folgen. Ihr riecht nämlich genau wie ihr gegorenes Futter, das sie so mag. Hm, nett. Gut. Aber mich stört jetzt immer noch, dass unten kein, äh, Text stand. Ich hoffe, das ist nur bei dem so, sonst muss ich gleich nochmal kurz neu starten. Ja, ihr hört's. Die Grippe ist immer noch nicht weg. Was ist das denn da? Nervt mich auch noch tierisch. Aber dafür ist jetzt die Klosurphase vorbei. Jetzt hab ich erstmal ein bisschen Zeit, wieder ordentlich was aufzunehmen. Und, ja, mit dieser Aufnahme möchte ich das Ganze auch starten. Und dann wird es wahrscheinlich keine 15, sondern 20 Minuten Parts geben. Und, äh, ja, dann schauen wir mal, dass wir mal hier langsam etwas weiter kommen. Denn neue Projekte stehen an. Und dann möchte ich hier wenigstens so weit sein, ähm, ja, dass man nicht mehr... Ah. Dass ich nicht hier wirklich, äh, jeden Tag noch eine Folge hochladen muss. Also das heißt muss, ne, aber... Ist ja dann schon etwas nervig. Wenn ich dann so viele Projekte hab, dass ich dann, wenn dann meine semesterfreie... Also meine semesterfreie Zeit nicht, sondern meine, äh, vorlesungsfreie Zeit dann vorbei ist. Upsa. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er nicht gutmütig ist. Ja, wir machen's erstmal auf die normale Tour. Hi, Riese. Äh. Ich glaube nicht, dass das gut war. Glock. Leg dich nicht mit dem Falschen an, Glock. Ah, ne, der heißt Grock. Ich hab Glock gelesen. Ähm. Glock, pass auf, was du machst. Ach Grog, ach Grog, ach Grog Du glaubst ja wohl nicht wirklich, dass du uns schaden willst Wir haben schon ganz andere von deiner Seite erledigt Oh Scheiße Okay, ich glaube ich habe ein paar zu hohe Töne gespuckt Ähm, jetzt wissen wir aber wenigstens worauf wir uns hier einlassen Und können das ein wenig abschätzen Nämlich So Hoch Oh, bin ich gemein zu dir Oh oh, ich hänge hier fest Ja Leute, ich weiß Es ist wieder ein bisschen Bug-Using Aber mal ganz ehrlich Wie wollen wir den denn auf normale Art und Weise besiegen Juh Waaah So Jetzt noch eins im Abschied Was hast du denn da eigentlich für ne Keule? Hä, ich geh auf die Waffen und dann steht da Grog durchsuchen? Naja, Granatstein, Fälle C Wofür auch immer der ist Und ne Rüstung, die zu viel wiegt Weil wir müssen wieder verkaufen Das ist halt typisch wir Immer müssen wir verkaufen Was ist das denn da eigentlich? Äh, M Aha Eine unentdeckte Stadt Was höre ich hier eigentlich? Klingt so, als wenn der Riese hier angeblich noch stehen würde Da haben wir den ja gerade umgebracht Sehr lustige Geschichte Wie ich finde Na Ziege, kommst du hinterher? Ja, gut Soll ja nicht heißen, äh Wir hätten dich nicht zurückgebracht Wenn wir es ja gerade machen Und hopps Und da unten sieht man schon wieder die Klobingen Häuser von Rorekstadt Die Stadt mit Doppelt T statt mit DT schreiben Nur mal so nebenbei Muss die Ziege Ziege Äh Ziege Hey, hier liegt, äh, Eisenerz Aber wo ist jetzt unsere Ziege hin? Also was heißt unsere Ziege? Aber halt Ziege Ah, ich glaube da hinten läuft sie gerade Im Bild links zu sehen Und da kommt sie Und jetzt hauen wir die auf den Kopf Na komm Na komm Ja, das macht schon fein, ne? Rieche ich nach Leckerli, wa? Ja, ich rieche nach Leckerli Musche kommen Hier hinten gibt's Leckerli Hopps Na komm Da hinten gibt's Leckerli Ganz viel Jetzt müssen wir da nur irgendwie reinkommen Alter, der hat ja kein Tor jetzt da eingebaut, oder was? War doch da oben, glaube ich Da ist das Tor Und dann kommt man hier rein Kommt, Ziege Ja, komm Ja, komm Zeig mir, dass du ne schlaue Ziege bist Hier ist eure Ziege Könnt ihr mir jetzt helfen, meine Schritte zurück zu verfolgen? Nicht ein krasser Welch glücklicher Tag Ich weiß immer noch nicht, warum ihr sie gestohlen habt Ihr habt es in einer Notiz erklärt Aber die eine Hälfte ergab keinen Sinn Und über die andere hattet ihr Med verschüttet Ich konnte nur Nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf erkennen Und selbst das war hauptsächlich Gekritzel Ihr könntet das Dorf versuchen Auf Wiedersehen Tja Dann würde ich sagen, geht's wieder zurück nach Weißlauf Tschüss, liebe Ziege Ja Schade, dass du jetzt das Glöckchen da unten nicht klingeln lassen kannst Das hätte ich jetzt noch schön gefunden Ich bin ja, wie ihr wisst, so ein Fan von kleinen Details Und das wäre jetzt eins gewesen Das hätte mich gefreut Aber ich bin immer noch Huch Kann ich denen jetzt hier das Weizen weg ernten? Na, ich lass es mal Jetzt gibt's wieder Stress Ich bin immer noch der Meinung, wir hatten noch eine andere Quest hier Gucken wir mal schnell in unserem schlauen Buch Ähm Makas Isgramos Grab Festung Nordwacht Ähm Jalmarsch Finde die Rotwardonen Keine Ahnung Und hier Mach ich jetzt mal gerade alles an Weil hier steht ja gar keine Beschreibung Gucken wir mal gerade auf der Karte Ist aber nix in Rurik statt Oder sind die jetzt gerade gar nicht an? Ich hab die doch hier angemacht Äh Sind das Aufgaben ohne Angabe oder was? Verschiedenes Naja gut Wir sollen zurück nach Weislauf Und dann, äh Machen wir das nochmal eben Moment Vorher will ich aber noch gerade gucken Was hier noch so ist Dann können wir aufschließen Ist jetzt nicht so gewünscht Das ist hier Auch aufschließen Du heißt einfach nur Wache Ich werde es niemandem sagen Wenn ihr meine Schwester Ich habe euch gesagt Dass ihr den Garten Sonnenuntergang Dicken sollt Wenn ihr daran denkt Wenn ihr daran denkt Euch als Bauer niederzulassen Seid ihr hier am richtigen Ort Okay Wie schützt ihr euch vor den Drachen? Könnten wir Wir sind eine Gemeinschaft von Bauern Keine Kämpfer Wenn der Krieg nicht wäre Hätten wir im Fürstentum genug Wachen Um die Siedlungen zu schützen Dass die Drachen ausgerechnet jetzt zurückkehren Ist äußerst bedauerlich Wieso lässt sich ein Bretone wie ihr in Rorikstadt nieder? Habt ihr Rorik schon kennengelernt? Er besitzt dieses Land und ist der Namenspate unseres Dorfes Wir sind schon seit vielen Jahren befreundet Rorik hat während des großen Krieges für das Kaiserreich gekämpft Er wurde schwer verwundet und wurde darum zu mir gebracht Damals war ich ein Heiler, wisst ihr? Wir standen uns so nahe wie Brüder Und als Rorik nach Hause zurückkehrte, ging ich mit ihm Ich bin froh, dass ich meinen Lebensabend hier mit einem guten Freund verbringen kann Eure Bauernhöfe florieren, trotz des rauen Klimas Was ist euer Geheimnis? Geheimnis? Wieso glaubt ihr, dass dahinter ein Geheimnis steckt? Hier gibt es keine Geheimnisse, mein neugieriger Freund Unser Wohlstand ist das Ergebnis harter Arbeit Glück und dem Segen der Götter Das ist ja schön Und ich hab immer noch keinen Sprachtext Also Einstellungen Gameplay Da ist auch eine Schwierigkeitsstufe Aber die lassen wir, weil ich sterbe oft genug Anzeige Dialoguntertitel Warum ist das nicht mehr drin? Kann ich nicht verstehen Ich habe nichts geändert, aber okay Ah doch, ich habe was geändert Weil, ah doch, ich weiß warum das raus ist Wie konnte das innerhalb der Mauern von Weißlauf geschehen? Das frage ich mich auch Wo sind wir hier? Können wir auch nicht rein? Da war aber Rorixladen oder sowas Wie früh haben wir denn? 8 Uhr in der Früh Vielleicht hat er einfach nur noch nicht auf Müssen wir mal noch ein Stündchen hier rumlaufen Ich weiß, es gibt einen Wartenknopf Aber ich wollte sowieso noch hier hinten in Das Ding hier eigentlich rein Frostfrucht Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht Könnt ihr bei mir beides bekommen Okay, dann, äh Was habt ihr zu verkaufen? Na, wollen wir diesen Hunger stillen? Na, können wir nur Zutaten verkaufen Wer bist du? Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Hä? Wer ist das denn? Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell Eine Rotwardone Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen Okay Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Was für ein Steinbruch? Hör auf mich so dumm voll zu quatschen Du Pappenase Warten wir mal ein Stündchen So Gucken wir mal, ob wir jetzt ein paar Läden offen haben Vielleicht sind das hier Spätaufsteher Ne, der nicht Aber vielleicht der da oben Auch nicht Hm Rennt eigentlich das Kind die ganze Zeit von links nach rechts? Was soll das denn jetzt? Wir sehen die doch jetzt gerade zum fünften Mal daherlaufen Den haben wir hier Vorsicht Wir wollen doch nicht, dass sich noch jemand verbrennt Ja, ich pack sie schon weg Wer bist du? Frorik Das sieht man Ähm Hat der Krieg von eurer Siedlung und ihren Bewohnern seinen Tribut gefordert? Das jetzt noch nicht, es ist aber durchaus möglich Die meisten für den Kampf geeigneten Männer des Fürstentums wurden in die Armee eingezogen Also gibt es weniger Schwerter, die die Straßen vor Banditen und wilden Tieren schützen können Und mit zunehmender Kriegsdauer und schwindenden Vorräten werden unsere üppigen Felder und Lebensmittellager natürlich zu verlockenden Zielen für verzweifelte Männer Wir können nur auf ein schnelles Ende dieses Konflikts hoffen Je länger dieser Krieg sich hinzieht, desto schlimmer wird es für uns alle Da habt ihr wohl recht Habt ihr im großen Krieg gekämpft? Das habe ich Ich habe eine Einheit aus mehreren Dutzend Männern befehligt Hauptsächlich Rekruten aus den Dörfern in diesem Teil des Fürstentums Ich hätte in diesem Krieg fast mein Leben ausgehaucht Ein Altmeri-Soldat hat mich mit seinem Schwert durchbohrt und mich zum Sterben liegen lassen Ein Heiler namens Juan hat mir das Leben gerettet Seit diesem Tag ist er mein engster Freund Glaubt mir, dieser Mann vollbringt wahre Wunder Alles klar Also gut Also gut Sehe ich auch so Hier scheint es wirklich nichts zu geben, oder Erik? Sieht aus, als hättet ihr schon so manches Abenteuer erlebt Ich beneide euch darum Ihr könntet mir vielleicht sogar behilflich sein Was braucht ihr? Ich will auch Abenteuer erleben, so wie ihr Aber mein Vater hat es mir verboten Er sagt, dass ich hierbleiben und auf dem Bauernhof arbeiten muss Und selbst wenn er es mir erlauben würde, Abenteurer zu werden Könnten wir uns keine Rüstung leisten Er heißt Mraki und ist hier der Wirt Hoffentlich könnt ihr ihn umstimmen Ah, ich werde sehen, was ich tun kann Ich ertrage den Gedanken nicht, für den Rest meines Lebens in diesem Dorf gefangen zu sein Gut, dann reden wir doch einfach mal Reden wir doch mal mit Mraki Die haben hier so tolle Namen Ist mir schon mal aufgefallen So, bist du Mraki? Du bist Mraki Keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst Und ich möchte mit euch über euren Sohn sprechen Mein Sohn? Erik? Was ist mit ihm? Ist etwas geschehen? Geht's ihm gut? Ähm Ihr solltet euren Sohn das Leben wählen lassen, das er möchte Aber die Welt ist gefährlich Erik hat keine Ahnung, in was er sich da hineinbegibt Außerdem hat er keine Rüstung Ich muss das Geld dafür erst noch zusammensparen Ähm Okay, dann hier, kauft damit eine Rüstung Ihr würdet meinem Sohn mit eurem eigenen Geld helfen? Eure Großzügigkeit bewegt mich Für eure gute Tat werdet ihr eine Belohnung erhalten Sagt Erik, dass ich meine Meinung geändert habe Und wir schon bald die Rüstung in Weißlauf anprobieren werden Freut mich, wenn man helfen kann Freut mich, wenn man helfen kann Vielen Dank.